Ich kann nicht fliegen, ich hab keinen Schritt mehr, Oli, ist leer! Alter! Du laberst nur Bullshit, ne? Also, welche Möglichkeit besteht jetzt? Wir gehen zur Base, Wollen wir zum zweiten Hedi, kommen wir mit nem Fuel Bevel an und dann tanken wir das Ding eben! Alter, hier haben auch zwei Gläser 19%! Was geht eigentlich noch? Seht man ja, dass das geht, ne? Gott, ich hab kein Morphium dabei, ne? Ich auch nicht! Ich hab doch gut ausgerüstet! Oh Gott, sie wackelt! Sie springt! Ich bin, ich werd runtergeschoben! Ich hab mir was gebrochen! Die Merlin fällt, sie ist kaputt! Sie ist verdünktlich! Runter, runter, runter! Ich geb Gummi! Ey, da hält's! Oh, ich hab keine Munition! Hat ungünstig grad! Alter! Ich komm mir nicht mehr raus! Doch, komm ich! Muss man ne Stunde nachladen! Oh man! Die können wir jetzt in den Arsch schieben! Meinst du nicht, dass man die noch reparieren kann? Ja schon, aber die wird dann wieder springen oder so! Ja, Hülle kaputt! Engine rot! Forionix! Äh, Heckrotor! Avionix! Äh, Avionix! Äh, Avionix! Was macht ihr? Alle Gläser! So gut wie alle Gläser! Was? Was macht ihr? Merlin schrotten! Oh nö! Muss das jetzt sein? Find ich jetzt aber hart und cool! Weißt du, und ich bin mega schwer, ne? Oh nö! Welche? Unsere! Boah, wird's Optimum, wenn der Zombie hier... Nein, der hat natürlich kein Morphium dabei! Alter Zombie, wenn du mir jetzt Beine brichst, ne? Ach, nur so ein fucking Heatpack! Ein Heatpack! Oh man, warum hab ich hier denn kein V-Fuel bekommen? Was ist das denn für ne Scheiße, ey? Ganz ehrlich! Ja, hätten wir zur Standard-Tanke fliegen können... Wir wären ja nicht mehr weiter gekommen, ich mein ich bin... Ja... Ja, leider! Haha! Nein, Spaß! Wir müssen uns umbenennen! Ja, Oli... Oli... Warum? Jetzt weißt er auch unseren Namen! Also, dass wir zusammenspielen! Oli, lauf mal nach Hause! Oder bestimmt unter mir! Ich bin overburned! Ja, dann gib mir doch mal das Zeug! Wer sind eure Feinde? Du! Der 13's Clan! Der 13's Clan! Frag mal, wer sind deine Feinde? Ja, nett! Ne, die anderen haben mich schon platt gemacht! Hau mal raus! Hau mal raus! Hau mal raus! Er haut's raus, Alter! Bist du bald da! Bist du bald da! Du stehst! Genau, ich war ja! Bin grad schon... Bei ner Anfahrt, aber... Meine Kamera... Ah, ich... Hör dich! Seh dich! Bitte flipp den nicht auch noch! Das ist grad mein Problem! Ich weiß schon, wie ich das Video nennen will! Wie dann? Merlin Rettungsaktion! Come to me! Geh mal weg da! Ja, ich... Hier aussteigen! Wieso hier aussteigen? Ja, ich brauch Morphium! Ja, hier einsteigen erst mal! Ja, ich brauch Morphium! Ja, ich brauch Morphium! Ja, ich brauch Morphium! Ja, hau rein! Oh, Ali, dein Ernst jetzt! Ja, fahr mal... Geh mal da weg, Alter! Ja, wieso? Was denn, ey? Ich will erst mal richtig einpacken! Ist das you serious? Ja! So, Zombie getötet, alles klar! So... Give Morphium! Ja, wer doch mal tried, ne? Halt bloß die Schnauze! Ich hab übrigens deinen ganzen Scheiß gelootet, ey! Hast du? Ja... Liegt jetzt alles im Wotnik! Krass korrekt, aber ich will das Zeug gar nicht! Jetzt... Rette mal die Merlin! Ich bin dabei! Ich guck mir das vom Werkhäuze an! Ja, halt... Halt Sicherheitsabstand! Falls es gleich ne große Explosion geben kann, in denen zwei Fahrzeuge explodieren! Ne, 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 ne! Der Wotnik nicht! Der Wotnik wird nicht explodieren, glaub ich nicht! Der ist letzt beim Pickup auch nicht explodiert! Stand ja direkt vor dem Pickup, als der explodiert ist! Ist auch nichts passiert! Ja, die Merlin ist aber schon was anderes! Aber ich glaub nicht, dass die explodieren wird! Also, die andere Merlin hab ich letzt auch zur Seite geschoben! Oh, oh, oh! Kino, Alter! Heiz mal voll gegen! Gegen den Heckrotor! Dann fliegt sie! Wuuu! Merlin-Rittungs-Aktion! Aber weißt du, ich glaub das ist auch so, wenn der Tank fast leer ist vom Fahrzeug, dann explodiert das nicht zweimal! Echt? Ah ja, ich glaub es, ich weiß es auch nicht! Ich glaub, vielleicht könnte es einen großen Feuerball geben! Muss man eben die Bäume hier entfernen! Wenn du so langsam dagegen rollst, bringt es nichts! Wenn du so langsam dagegen rollst, bringt es nichts! Scheiß Rotor! Meine Fresse! Erstmal die Bäume entfernen! Ja! Ja! Dann scheiß drauf! Ja! Ey, das fand mein Engine jetzt aber nicht so cool! Meine Wheels auch nicht! Ups! Da war ein Baum! Zau mal raus da! Ja, die Wände können ja auch platt fahren, oder? Ja! Ja! Ma! Ich fahre schon mal ein bisschen zurück, falls hier gleich ein großer Feuerball ist. Ich fahr mal voll gegen von hinten. Das findet der Wotnig auch nicht mehr so lustig. Die Angel sieht nicht so gut aus. Die Bäume, die stehen im Weg. Wenn die weg wären, dann könnte ich die so gut auf die Straße schieben. Da wird dir was einfallen. Soll ich mal in so ein Rotor rein schießen? Nein, das stört eh nicht mehr. Der hat eh schon 100%. Die sieht richtig kaputt aus. Oh ja. Ich glaube, das Scrap Metal hat auch nicht so viel geholfen. Das ist mittlerweile schon wieder aufgebraucht, ja. Haben wir Ersatzreifen dabei? Ja, haben wir tatsächlich. Ja, denn ist ja alles chillig. Haben wir Ersatzengine dabei? Nee, haben wir nicht. Hast gerade wirklich einen Reifen geschrottet. Nee. Alter, kann ich die Wände nicht einfahren? Oder muss ich so viel Schwung haben? Du musst schon ein bisschen Schwung haben. Na, alles klar. Yolo. Nein, die kann ich nicht einfahren. Ich bin da eben mit 40 Sachen oder so gegen geheizt. Egal. Geht halt nicht. Ich will es aber auch nicht ausprobieren, weil Angel sieht echt nicht mehr gut aus. Die ist orange. Ja, okay, dann. Das ist lieber. Und eventuell, wenn ich den am Rotor kriege, dass ich den da rausziehen kann. Oh, der Hauf vom, äh, also von der Melian aus gesehen, äh, rechts, damit das... Boah, die fliegt. Boah, die hüpft. Alter, wie sie hüpft. Oh, okay. So weit, so gut. Ups. Wie das aussieht, Alter. Kino pur. Nur weil wir jetzt schon so lange da sind, sind schon Zombies gespawnt. Achso, neue. Okay, Dino ist nicht mehr auf dem Server. Ja, der hat doch gesagt, er gibt Kissen. Ja, pff. Heißt ja nicht, dass er auch vom Server gehen muss. Ja, okay, stimmt. Oh, ich muss näher ran, ey. Die Botnik hat zu wenig Leistung. Eventuell... Oh! Alter, das ist bloß auf. Ja, Halt, Sicherheit am Stamm. Ups, Alter, da war ein Baum. Was haben hier gerade Selbstmacht gemacht? Unsere schöne Merlin. Wie traurig. Wow! Wotnik liegt auf dem Dach. Haha, scheiße. Ey, was ist das denn für eine Scheiße? was ist das? Alter! Kann man hier nicht so GTA Style mal wieder entflipten? Uh starts ikn.... Bin ich wenigstens nicht der einzige der den Watney flippt Hart und cool. Okay, ich hol... Alter, ich wollte gerade zu haben gleich geschaut. Ich hol mal den MTVR, sagst du? Schließ mal ab. Ja, mach ich gleich. Ich sag dir, wir haben hier gleich unseren ganzen Fuhrpark stehen. Alter, wenn der MTVR, der ist auch so ein bisschen angeschlagen, ne? Wenn der auch gleich weg ist. Oh, ich konnte den gerade turn overn. What? Ganz kurz konnte ich das machen. Ja, ich kann's. Oh Gott, ich kann's auch gerade... Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab's gerade gemacht. Ich hab's gedrückt, du Bob. Ich hab's gedrückt. Ja, halt am Roll. Ich bin cooler. Alter, fahr mich nicht um, ey. Ja, halt Sicherheitsabstand. Ich gewährleiste hier Fnecks. Schnauze. Ups. Oh, die nicht singen so wie ein Gamer und sowas. Hast du hier die Reifen zerschossen? Was hab ich zerschossen? Die Reifen vom Wagen. Den Wagen? Der hier drinnen steht. Null. Der würde vorher schon, da hab ich nix gemacht. Stehen zu den, na, ich muss meinen Baum entfernen. Na, Feuerball? Ne, noch nicht. Boah, die Engine hat nur 10%. Was ist da los? Musst auf die Motorhaube schießen. Nee, manchmal. Ist ja schlau. Hoffentlich gehst du hoch. Ah, schon viel besser. Ich sag's dir, wenn die Meerlinie auf der Straße steht, dann geht die bestimmt hoch. Das wär so ärgerlich. Wir brauchen noch einen zweiten Wattneck. Es geht durchs Dach. Was? Wir brauchen noch einen zweiten Wattneck. Geht einfach zu schieben. Ach, die Meerlin ist nicht so leicht. Ach so. Weeeeee. Weeeeee. Scheißbaum. 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 Du bist aber schon weit gekommen, ey. Ja. Ich hab's gesagt, ich hol das Ding hier wieder raus. Wär jetzt ärgerlich, würde sie hochgehen. Oh, die Fress. Mich jetzt nix von hören. Warte mal, warte mal. Schubst du ihn nicht weiter? Ne, mach ich auch nicht. Musst du ihn alles reparieren. Oh. Alter, aber so hart. Engine, alles rot. Ja, ich weiß. Ist alles rot. Ist mir bewusst. Ein paar Scheiben sind noch heile, sonst ist alles gut. Gott, ey. Ja, komm. Steig ein zur Base. Obwohl, ich stieß das Ding nochmal ab. Obwohl, ich glaub nicht, dass uns das noch jemand klauen wird, aber... Ah, ne, ist abgelöst. Man weiß ja nie. Einfach mal so ne Merlin geflippt. Ne, hä, wieso geflippt? Ja, hat Überschlag bei mir auf jeden Fall gemacht. Hotnik geflippt, ja. Und das sogar auf Aufnahmen. Ah, war das Fail. Alles klar, Merlin-Rettungsaktion, take 2. Okay, ich hab jetzt keinen Waypoint beim Trader, ich find das jetzt auch so. Hä, das kennt, weißt du auch so? Ja, müsste ich eigentlich auch wissen. Die zwei Missions könnten wir dann gleich machen. Egal, wir haben 300 Gold. Nicht ganz, 260 jetzt noch. Ja. Trotzdem, man kann nie genügend haben. Das ist ein richtiger... Wer? Nichts. Warte. Warum warten? Da, in der Kiste. Hast du überhaupt was mit, um dich zu zerstören? Ja, ne Crober und ne Toolbox, oder nicht? Na gut, dann gucken wir. Hm. Kann ich das so öffnen, Juno, ne? Shoot, shoot food, oder wie auch immer da heißt es, wieder da. Geht? Mach das mal so. Ich glaub, man muss das aufhacken. Hm. Ah, doch. Na, das bringt uns jetzt nicht viel. Das ist halt einfach nichts drin. Äh, sonst wirklich irgendwas. Ich kann mit dir wetten, das geht nur mit, äh... Mit so'n... Haben wir das nicht auch schon mal mit so'n, haben wir das nicht auch schon mal mit so'n Sledgehammer-Head gemacht? Ja, aber da hab' ich was rausbekommen. Sicher? Ja, hab' wirklich. Auf'm anderen Server, ne. Go. Wir müssen echt mal dran denken, wenn wir mal zerstörte Autos am Rand sehen, dass wir die mal auseinander nehmen. Weil da kriegen wir vielleicht auch mal ne Engine oder sowas raus. Hm. Das durchs Wasser fahren, Alter, das vergesse ich nie. Ja, haben wir auch nötig gewesen. Ja. Oh, lol! Wieso bin ich ausgestiegen? Vielleicht, weil du Ejected hast? Ich hab' nicht Ejected. Lebst du noch? Alles gut? Ja, äh, gebrochene Beine, 5000 Blut. Okay, 6000 Blut. Unser Klaus bringt uns zu unseren Gertrud. Ja, für die Zuschauer, Klaus ist der Wattnigke, Gertrud ist die Mädel. Ah, ja. Du musst aufpassen, hier gleich hinter irgendeiner Kurve kommt die Merlin von den anderen Typen. Oh, ja. Ich werd' grad wieder den Adi rauslassen, aber geht ja nicht. Mach doch. Ne. Doch, bitte, ich nehm' auch nicht auf. Ich werd' grad die Engine reparieren. Alter, was war im Wotnik so drin? Deine Schlüssel, die wir eh nie brauchen Ich weiß nicht, hast du da was reingepackt? Ich nicht Ach, diese von, äh, die Sache vom Subli Ja komm, lass Einfach zum Erli Witz, helf, ich hab Knochen gebrochen, witz, warum? Äh, ist der eben explodiert? Ja Okay, ich hab Soundbuck, kurz noch einloggen Ich hasse das Spiel, ich hasse das Spiel Na egal, dann würde ich sagen direkt zum Bandit Trader und dann mit MG kaufen, oder? Ja, der nächste Wotnik, aber der kostet auch wieder mehr, glaube ich Nicht so viel passiert bei der anderen Klar, Olli, ist richtig Ja, jetzt sagst du das nur so, weil ich recht habe Hm, nee Und wieso sollte ich jetzt zu Subli, ich werd da sowieso umkippen, wegen den scheißschweren Dingern Ja, egal, Alter, wenn da die Zinnerblocks sind, denn hier, ne? Sind unsere Brauchen wir Ich hol' dich auch an Ah, toll Wenn die Merlin da mal wieder funktionieren sollte Boah, jetzt zitter ich die ganze Zeit Sei mal nicht so demotivated Bin ich aber Weil man zwar einfach scheiße ist Richtig Gute Einstellung Weiter Du auch Sound muted Ja, erstmal muten hält ja keiner aus wie so'n Spacken Ah, Olli ist ein Lappen Und er kann sich jetzt nicht wehren, das ist natürlich ärgerlich Ich schneide dich natürlich wieder raus Sag mal deine Quads, wo bist du? Äh, ich bin auf einem Berg Cool Und bin grad am Spawn Cool Und womit willst du mich denn abholen? Mit der Merlin, hab ich mir so gedacht Hast du sie wirklich Heile bekommen? Nö Ich bin noch nicht so weit Ich muss schon sagen, Männereiwasser ist richtig geil Bäh Viel zu gesund Machst kein Männereiwasser? Viel zu gesund Wie viel ist kaputt? Wie viel ist kaputt? Wie viel ist kaputt? Wird hast du geschrieben? Keine Ahnung So, alles klar, ich starte jetzt Entweder steht da gleich, dass ich tot bin oder... Okay, ich starte einfach Jo, voll dagegen gekloppt Und jetzt? Noch ist grün Die kloppt er immer wieder gegen Ah, okay Ich stecke aus Okay, nein Passt, passt, passt Ich stehe auf der Straße Sie hat sich bewegt Passt Ich schwebe Ich fliege Nice Dann gehe ich erstmal zur Tank Äh, passt schon Ist überall fast ein Viertel Nicht ganz Ein Sechstel Ich hole dich erstmal ab Ja, durch Brauchst du eigentlich immer noch Morphium? Ja 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 Ja, der muss da ja Satchel-Charges geplantet haben Ja 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 Ja, ich bin unter dir Ne, nicht unter dir Ja Noch ein bisschen weiter nach vorne Ja Ja Boah, das ist so schön, sie wieder in der Luft zu sehen, ne? Oh ja Unsere Gerta Gerta? Ne Gertrud, ne? Glaube Ich hab mich rausgebackt Ich hoffe mal, dass der gleich nicht direkt auf der Mail gespawnt wäre Nämlich ja mal ärgerlich Ja, auf jeden Military Military Armored Wotnik Zwei PKP Zwei Wolf Cases Drei, zwei, eins Ich kaufe Jetzt voll auf die Merli Ey, komm, jetzt kaufe Oh Gott Knapp daneben, Alter Alter Alter, hatte ich einen Schrecken Hm, sexy Hat er auf jeden Fall was Aber ohne Muni Wir brauchen PKP, Muni, ne? Hallo Warte Was soll das? Ja, wieso, hallo? Was denn? Einer muss die Merli nochmal fliegen Steck doch einfach raus Ja Kann man... Ne, ich muss erst Muni haben, bevor ich hier irgendwas machen kann Ja, kannst nicht schießen, ne? Ne, ich kann gar nicht, ich kann nicht mal die Gun nehmen oder so Das müsste aber trotzdem funktionieren Ne, geht aber nicht Steck doch raus Wie bis jetzt? Hallo? Hallo? Und flipp den bitte nicht, oder mach den nicht anderwertigst kaputt, ja? Schnauze Äh, ja, ich weiß gar nicht wie ich fahren soll Am besten über Straße Ja komm, du musst jetzt die Straße langfahren, denn links Straße immer folgen, Straße immer folgen, Straße immer folgen, Straße immer folgen Straße immer folgen Dann bist du beim Trader, dann nächste links und dann bist du bei der Base Das ist wirklich hier Straße immer folgen, Straße immer folgen Ja, ist wirklich eigentlich immer Straße folgen No, ich kann noch nicht mit First Person fahren Warum? Moment, 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 wot? Wo, 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 wo? Hier, wo ich bin, einfach das F-Feed hier lang Der hat dann AC-130 reingeflogen Junge, wie ärgerlich ist das denn? Wie viel Blutkäse sind das? AC-130? Ist ein bisschen doof Ja, AC-130, okay Ist das die wirklich? Ist das die wirklich? Das ist die 100... Ja, AC-130 Ich kann im Pilot einsteigen Die Hülle komplett rot, alter Alter, das ist aber ärgerlich, ey, das sind 5 Briefcases Ah, ich steig aus Hilfe Geil Ja, hat die Landebahn nicht gereicht, wa? Zu kurz Ne, ich glaub, der wollte fliegen Ja, aber Landebahn zu kurz hat nicht gereicht, wa? Ey, du kannst ja so mein, äh, Personenschützer sein Ist richtig Glaubst du an nur du? Glaub wohl ich spinne, oder was? Das mach ich doch niemals hier Wir können gleich mal wieder eine Mission oder sowas machen Von mir aus Sollte wir wieder das Gold reinkriegen Da müssen wir aber 3-4 Mischens machen Vor allem will ich jetzt eine C-130 Klar, kauf die 5 Briefcases Kauf die 5 Briefcases Farm die Ja, können wir ja gleich machen Klar, ist richtig Vor allen Dingen, wo willst die landen? Bleib da ja so lange beim Bandit-Trailer Bis wir die nochmal benutzen Ja, ist klar Und ich höre das nur noch mit dem Vier mal sagen Sollte mich empfangen Dienen 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 Dienen